Drücken Sie den Hardkey Tools, um in das Tools-Fenster zu gelangen. Im Tools-Fenster lassen sich die Ein- und Ausgänge am Pult konfigurieren. Mit der Option Remote Touchboard können Sie die Analogeingänge des Pultes verwenden, um einen Executor Hardkey zu triggern. 16 Analogeingänge können an das Pult über einen 18-poligen Sub-D-Stecker angeschlossen werden. Mit Remote DMX-In können über den DMX-Eingang Executor-Fader oder Executor-Hardkeys ferngesteuert werden. Das bedeutet, dass mit jedem manuellen DMX-Pult die Playback-Fader der GrandMA-Pulte erweitert werden können. 96 DMX-Kreise können 96 Executor-Fader oder Executor-Hardkeys auf jeder beliebigen Seite fernsteuern. Remote MIDI ermöglicht das Empfangen von 108 MIDI-Noten, um Executor-Hardkeys fernzusteuern. Sie können festlegen, auf welchen MIDI-Kanal das Pult hören soll. Jede MIDI-Note ist mit Name und Nummer gekennzeichnet. Unter MA-Network können Sie die Netzwerkeinstellungen des Pultes zu anderen Pulten für Multi-User oder Backup-Betrieb konfigurieren. Das Thema Netzwerke wird genauer in Kapitel 11 behandelt. Remote Control Network ermöglicht die Überwachung der Pocket-PC-Fernbedienungen, die am Pult angemeldet sind. Es ist möglich, eine bestimmte Fernbedienung auszuwählen und grafisch anzuzeigen, um die Bedienung vom Pult aus zu beobachten. Es können Textmeldungen direkt an die Fernbedienung geschickt werden. Die Manage-Fixture-Library dient dem Blättern und Löschen in der Bibliothek der selbst erstellten Fixture-Personalities. Unter Manage-Parameter-Profiles können Sie Kurvenprofile für alle Attribute erstellen und bearbeiten. Das Erstellen und Bearbeiten der Kurven ist sehr einfach. Sie müssen lediglich die Punkte in der Grafik verschieben. Sie können auch eine der vordefinierten Kurven verwenden. Kurven können beispielsweise für Dimmer-Parameter verwendet werden, um das Regelverhalten der Dimmer unterschiedlicher Hersteller anzugleichen oder um Pan und Tilt von unterschiedlichen Moving Lights zu synchronisieren. Im Sound-Settings-Fenster können die Pegel für die Sound-Cues spezifiziert werden. Unter Verwendung des grafischen Equalizers kann der Trägerpunkt einer externen Tonquelle eingestellt werden. Das Signal wird dabei im Analyzer angezeigt. User-Profiles werden dazu verwendet, die Einstellungen, Ansichten und Zugriffsrechte verschiedener Benutzer zu verwalten. Jedem Benutzer werden durch einen Administrator ein Benutzername und Passwort sowie die Benutzerrechte gegeben. User-Profiles bieten eine gute Möglichkeit, den Zugang zu einem Pult während der Show einzuschränken. Programmierer, die häufig unterschiedliche Meet-Pulte verwenden, können mithilfe der User-Profile leicht ihre Einstellungen auf das andere Pult übertragen. Wenn Sie eine Pocket-PC-Fernbedienung verwenden möchten, ist es unerlässlich, User-Profile für jede Fernbedienung, die Zugang braucht, anzulegen. Die Fernbedienung kann sich nicht mit dem GrandMA-Pult verbinden, ohne als User angemeldet zu werden. Um ein User-Profile einzurichten, müssen Sie als Administrator angemeldet sein. Es gibt immer einen User mit dem Namen Administrator und dem Passwort Admin. Ein User-Profile besteht aus einem Profil und einem User. Verschiedene User können entweder das gleiche Profil oder verschiedene Profile verwenden. Wenn mehrere User ein gemeinsames Profil benutzen und einer der Benutzer seine Einstellungen und Display-Ansichten ändert, sind diese Änderungen auch für die anderen Benutzer wirksam. Ein neues Profil wird angelegt, indem Sie mit der rechten Maustaste in die Zeile New klicken und einen Namen eingeben. Das gleiche machen Sie unter User. Geben Sie ein Passwort für den neuen User ein und wählen Sie die Rechte für diesen User aus. Zum Schluss verbinden Sie den User mit dem neuen Profil, das Sie vorher angelegt haben. Jetzt können Sie sich mit dem neuen User-Profil anmelden. Nach dem Login wird Sie ein Pop-up-Fenster darauf hinweisen, dass Ihr User-Profil leer ist. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Informationen aus dem Profil des Users, der ursprünglich die Show erstellt hat, zu kopieren. Auf diese Weise verlieren Sie nicht die Display-Ansichten, die Sie bereits angelegt haben. Untertitelung im Auftrag vonc國 Untertitelung des ZDF, 2020